Grüß euch, liebe Stocksport- und YouTube-Freunde. Ich darf euch recht herzlich hier aus der Stocksportanlage in Sölcher begrüßen. Auch begrüßen darf ich bei mir den Bürgermeister von Sölkau, den Josef Kappa. Servus Josef. Wie ihr alle wisst, macht mit Sölkau die Verlosung von dem schönen Stock hier. Wir werden das ganz einfach machen, der Bürgermeister wieder Gernigkeit erzählen von seiner schönen Gemeinde. Und danach werden wir die Verlosung machen. Bitte Josef. Herr Arbett, herzlichen Dank. Danke für die Einladung, dass ich da dabei sein darf. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sölkau liegt mitten eingebettet im Vulkanland und im Dermenlandgebiet. Im Ritscheintal eigentlich. Ist nicht weit weg von Fürstenfeld, ca. 9 Kilometer. Wir haben ca. 1500 Einwohner, sind eine ländlich strukturierte Gemeinde und haben eigentlich sehr viele Auswanderer, was das Arbeiten anbelangt. Pendler. Sehr viele Pendler nach außen hin. Aber wir haben eigentlich eine sehr, sehr Lebensqualität in unserer Gemeinde. Sehr große Lebensqualität in unserer Gemeinde. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Und ja, wenn ihr euch mal vorbeischauen wollt, bitte kommt nach Sölkau. Ich würde mich sehr freuen. Könnt ihr wirklich auf die Gemeindeamt kommen? Haltet euch auch bei uns oder bei mir oben im Gemeindeamt. Das wäre sehr nett. Und ich würde mich sehr freuen darüber. Herzlichen Dank, Josef. Was ich auch gesehen habe, die Anlage hier in Sölkau ist ja neu gestaltet worden. Es ist ein neuer Belag reingebracht worden. Es ist alles gestöckelt worden. Wann wurde das eigentlich durchgeführt? Ja, wir haben schon ca. ein Jahr diskutiert darüber, was machen wir. Wir haben vorhin Asfalt herinnen gehabt. Und dann haben wir geschaut, was war gescheiter. Wir haben auch gekriegt vom Spachtel. Aber wir haben uns Gott sei Dank dann durchgesetzt, dass wir gesagt haben, okay, wir tun pflastern. Und heute, wenn man sieht, wie die Begeisterung von den Vereinsmitgliedern ist und auch von den einzelnen Schützen in der Mannschaft, ist eigentlich großartig. Und wir haben, glaube ich, es richtig gemacht. Dafür kommt es einmal vorbei bei den nächsten Turnieren, was wir haben. Auf Abendturnier oder auch das Turnier, was wir im Herbst haben. Sie sind jetzt recht herzlich eingeladen in der wunderschönen Sportanlage von Sölkau. So, Sölkau, muss man auch noch sagen, ist in der steuerischen Landesliga im Sommer und sowohl auch im Winter vertreten. Und jetzt werden wir dann kurz und bündig zu der Verlosung kommen. Wie vorhin, möchten wir auch, möchten wir mich sehr persönlich bedanken für das zahlreiche Mitmachen auf YouTube. Und bleibt dabei, bleibt drauf auf YouTube und schaut weiter. Es passieren immer weiteres schöne Sachen und wir werden auch weiterhin einige Preise in die nächste Zukunft verlosen. So, Josef, ich darf dich bitten, siehst du bitte einen Loser raus. Das sind zwei. Noch mal eine. Das sind zwei Stück. So, wir haben einen glücklichen Gewinner. Der glückliche Gewinner heißt Stefan Heiminger. Der Stefan Heiminger möchte sich bitte in der ersten Zukunft bei mir melden. Er möchte mir die Adresse melden, dann werden wir in den Stock zusenden. Vielen herzlichen Dank, Josef Kapper, für die Unterstützung zu dieser schönen Verlosung. Der Stock gehört dir, Stefan. Wünschen dir alles Gute dabei. Und bleibt drauf auf YouTube. Wir sehen uns wieder. Bis später. Tschüss, Baba. 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 Vielen Dank.